Und jetzt ein Redebeitrag von Naubarinen, Nordkitz lebt. Ja, und wir haben noch Redebeiträge, noch ein paar und noch ein Lied von Klaus und ganz am Schluss nochmal so ein Koch. Ende Gelände für Padovic, CG Gruppe und Co. Wir von der Aktionsgruppe Riga 71, 73 aus dem Nordkitz Friedrichshain hatten vorgestern das Vergnügen, das Richtfest von selbiger Baustelle des Projektentwicklers städtischer Albträume Christoph Gröner von der CG Gruppe kreativ und laut zu stören. Und wenn dieser Kiezzerstörer äußert, in ein paar Jahren hätte sich die Lage beruhigt, dann wird er wahr sein, wie stark und langanhaltend wir mit den Mitteln der Regentrifizierung an unseren Freiträumen festhalten werden. Die Klimabilanz dieses Stadtzerstörers ist sicher einer der höchsten. Privatjet mit unendlich viel unnützen Flügen zur persönlichen Geldvermehrung. Projektentwicklungen, die einzig mit einer Architektur der städtischen Totalverdichtung nach Maßgabe der Rendite funktionieren, haben nichts Menschliches mehr. Obszöne Behauptungen, das einst stark verwilderte Grundstück würde er nur mit seinem Luxusklotz in die Kiezkultur eingliedern, Zeugen von seinem egozentrischen Weltverständnis als Akteur des eigenen Profitstrebens, stilllasten einer Volkswirtschaft. Cementödnis im Fertigteilepark à la Ikea mit seiner Erfurter Naufirma für städtische Großprojekte. Großprojekte sind die Dimensionen eines Gröners. Da bleibt kein Käfer, keine Biene, nur das Summen der Lauscher der staatlichen Überwachungsindustrie, die im komfortablen Smart Homepack-Freihaus mitgeliefert werden. Dann kann uns Seehofer mit final dem Südkreuz-Überwachungsprojekt samt Bewegungsprofilen auch noch den letzten Winkel unseres verbliebenen Arschloch-Daseins ausleuchten. Wollen wir das? Brauchen wir das? Vermeintlich staatstragend ist das vermessene Auftreten von Grünen mit Aussprüchen. Wie natürlich haben wir die Macht und den Einfluss. Der Staat, das bin ich, La Tasse, Noir, ich bin der Sonnenkönig, der mit Glasbetonstrukturen unterlässt, den international digital bewertenden Rechten, den Freiräumen aus unserem Zuhause... Nochmal den Satz. Also, der Sonnenkönig, der mit seinen Glasbetonpalästen in international digital beworbenen Reichen den roten Teppich in sein Reich ausrollt, um uns zuvor die Geld und Macht nicht interessiert rauszukicken aus unseren Freiräumen, aus unserem Zuhause, aus unseren gewachsenen Strukturen. Hingegen ein Kjora Padlwitsch tritt öffentlich nicht auf. Seine Art, gewachsene Mietstrukturen zu zerstören, geschieht mit den Heerscharen seines Familien- und Firmenimperiums und damit uns zu unzähligen Handlangern, die MieterInnen in Angst und Schrecken versetzen, rausegeln, notfalls mit Feuer und Wasser. Seine Macht reicht weit in den Immobiliensumpf der Berliner Politik, wie unlängst zu sehen war, als mit einem Eilantrag der CDU in Lichtenberg in wohlkalkulierter Kooperation mit dem regierenden Bezirksbürgermeister von den Linken das groß angelegte Bauprojekt in der Hummelsburger Bucht mit einer energetisch jede Klimabilanz versauenden genehmigten Covid-World an den absurden Höhepunkt in der Berliner Politik fand. Die mit unglaublich viel Engagement und Einsatz und zigtausenden von eingesammelten Unterschrift deutliche Gegenwehr von linksradikal bis bürgerlich wurde nur pro forma mit der Hälfte der eingereichten Redebeiträge gehör geschenkt, um dann die Bauanträge schnell durchzuwinken. Wir kotzt uns an! Wir haben sowas von verloren! Denn das Spiel ist aus! Wir lernen euch Geld- und machtgierigen kapitalistischen Totalversagern euch kriminellen Handlagern des Finanzkapitals den Garaus bereiten. Wir werden jeden Tag weiter diesem Aufwertungswahrheit entgegentreten, der unsere Stadt Stück für Stück ein neues, unerträgliches Gesicht geben will. Das Gesicht der Reichen, der Ausbeuter, derjenigen, die auf Kosten benachteiligter, einkommensschwacher Menschen im Wohlstand verrotten. Wo wir auf Kosten der Menschen, die auf der Flucht sind vor Situationen aus ihren Herkunftsländern, die die hiesige Politik seit urhebigen Zeiten mit verursacht hat. Sagt es nicht, die Obstachlosen aus der Hummelsburger Bucht zu verjagen. Sagt es nicht, euch im Aufwertungswahn an den Schwächsten zu vergreifen. Wir, NachbarInnen aus dem Nord, gibt es Friedrichshain, supporten somit aktiv die Paderwatch-Vernetzung mit gleichnamigem Block und fühlen uns solidarisch mit allen von Hashtag-Besetzten, die Berlins Immobilien-SpekulantInnen einen heißen Kaps bereiten werden. Im antikapitalistischen Kampf gegen eine Welt der Reichen und einer Machtelite mit Ausgrenzung, Diskriminierung, Neokolonialisierung verbinden wir uns mit den Klimaaktivisten und Aktivistinnen vom Hambacher Fonds, den Fridays for Future und allen, die im städtischen Kampf gegen Zubetonierung und dem Rauswurf von mittlerweile 50.000 wohnungslosen Menschen in Berlin eine klientelle Politik zugunsten von Reichen und diese solidarische Zusammenfindung, insbesondere diesen Finanzkriminalismus im Immobilienzimmer zerlegen werden. Züge euch warm an! Wir werden Padovic, CQE-Gruppe, Deutsche Wohnen und Co. unterhalten. Wir werden unsere Freiräume, wie das querfeministische Hausprojekt Liebig 34 auch am Padovic-Haus als Herzensangelegenheit mit allen uns zur Verfügung stehenden kreativen Potenzial verteidigen, wie alle anderen Freiraumprojekte dieser Stadt, die bedroht sind, deren Widerstandsgeist aber täglich wächst und schleudern den Deben unserer Freiräume entgegen. Keine Miete für niemand! Wir werden täglich stärker in der Verbindung unserer Kämpfe, Kapitalismus abschaffen, Klima retten! Wir sind Freiraum, wir bleiben alle! One, two, one, five! One, two, one, five! One, two, one, cinco!